Musik 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 Jetzt, wo es wieder wärmer wurde, hat man vermehrtes Bedürfnis nach kalter Kost. Und was wäre da besser geeignet, als so eine lustige Platte aus dem vielseitigen Aufschnittangebot von Gobe, die bestimmt auch die verwöntesten Ansprüche befriedigen kann. Allein schon bei den Schinken kann man zwischen mindestens drei Sorten auswählen. Dazu kommen die verschiedenen Aufschnittwürste wie Lioner oder Roulade, Gobe Salami, Tipo Milano oder Nostrano und die ganze Gruppe der Dauerfleischwaren, vom Bündnerfleisch bis zum Trochenspeck. Auf einen Aufschnitt müssen Sie auch dann nicht verzichten, wenn Sie auf die Linie schauen. Gobe offeriert Ihnen nämlich verschiedene Wurstspezialitäten mit reduziertem Kaloriengehalt. Mindestens ein Drittel weniger Kalorien als im normalen Aufschnitt hat es im delikaten Champignons-Lioner, im würzigen Kräuter-Lioner und in der neutraleren Kalbfleischwurst, die es übrigens auch in Portionen abgehackt gibt. Sogar das Grillieren ist jetzt leichter geworden, weil Servolas, Wienerli, Kalbsbrotwürste, Gobe auch in einer Leitqualität erhältlich sind. Leit, das heisst für uns Goatmetzger nichts anderes als mehr mageres Fleisch und dafür weniger Speck. Und dass das Rezept auch stimmt, davon sind gewisse Spezialisten schon lange überzeugt. Guten Abend miteinander. Geniessen Sie Zucker und Süssigkeiten mit Mass. Auch das ist eine der zehn Regeln der gesunden Ernährung, die der Nährungsberater von Coop wie der Zusammenstellung für die Fitnessrezepte jeweils berücksichtigt. Für heute hat sie unser Rezept mit Erdbeeren empfohlen. Eine süße Belohnung, die nicht mit Zucker vollgeladen ist. Milch, Goldhirse und ein bisschen Salz lasse ich während einer knappen Viertelstunde zu einem Brei kochen. Ich habe ein bisschen Zucker, Zitronensaft und jetzt noch abgeriebene Zitronenschale. Diese Zutaten habe ich wie immer ganz genau abgewogen. Ich verruhre die Masse gut und fülle sie dann in einen Becherchen. Wenn die Hirseköpfchen erkalten sind, werden sie auf Teller gestürzt und mit Erdbeeren garniert. Sie sehen, fit bleiben kann man auch mit Süssigkeiten, sofern sie der speziellen Gelegenheit vorbehalten sind. Unser Dessert enthält pro Person ungefähr 150 Kalorien und steht im Teletext auf Seite 210. Viel vergnügen! Nach dem Rezept «Mehr Genuss, weniger Kalorien» gibt es jetzt bei Coop die neue Linie für Fitnessprodukte. Zum Beispiel diese Neuheit «Fitness Light Butter». Das ist ganz richtig ein Ange, aber eben viel leichter mit 38% weniger Kalorien. In 100 Gramm Möderli exklusiv bei Coop. Also, bleiben Sie fit, essen Sie gesund! Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Kilo Coop-Eistee 2 Franken günstiger für nur 5,50 Franken. Der Liter Rivela Rot oder Rivela Blau Kalorienarm für nur 1 Franken. Und 100 Gramm Aufschnitt, assortiert, offen oder vakuumverpackt für nur 1,10 Franken. Und morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Coop ein Kilo Bananen für nur 2 Franken. Auf Wiedersehen!